. . . . . . . . Was ist denn das? Schokoladenbuttercreme. Ja, ich mag auch nicht so krasses Schokokuchen, aber wenn Chanel das mag, dann ist das eh Geburtstag. Das ist nicht meine Torte. Das ist total. Soline, das Finger weg. Nur probieren, nur probieren. Nein. Boah, ist so geil. Pack mal mit der Stücke in dem drinne. Bitte, bitte, bitte. . 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 Noch zwei Minuten. Ich bin ganz aufgeregt. Der Kuchen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt kommt ihr mit in die Küche! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Chanel, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday today! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, du bist 20 geworden! Jetzt bist du eine Frau, Larry! Wie süß kann man denn sein? Sogar Blätterteig! Weiß doch bitte! Aaaaaaahhhhhh! Beberatergruppe! Zuerst! Alles Gute! Super! Danke, danke, danke! Ich liebe euch alle! Dankeschön! Wow! Mariah! Guck mal, sie ist süß! So, und jetzt darfst du doch die... Crazy! Das muss ich trotzdem anschneiden! Ja! Anschneiden! Ich küsse einfach! Elisa, du bist ein Engel! Schön! Nochmal Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Chanel! Elisa, du bist ein Engel! Elisa! Wichtiges Garten! Wichtiges Garten! Wichtiges Garten! Wichtiges Garten! Ja, aber Elisa, Props on you! Wichtiges Garten! Wichtiges Garten! Wichtiges Garten! Vielen, vielen, vielen Dank! Danke, 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 danke! Danke! Bitteschön! So lecker! Es freut mich! Und das ist so viel mehr gegeben! Finde ich so süß, ne? Ja! Wenn man Geburtstag hat, man wird ja nur einmal 20! Ja! Da soll man auch eine Torte kriegen! Dankeschön! Wir sind zwar nicht deine richtige Familie, aber vielleicht ein kleiner Ersatz für die Übergangsfamilie! Du sollst schlafen, gerne! So, Zeit zum Zähneputzen! Gute Nacht! Gute Nacht!